Musik Achso, du filmst ja, achso! Ja, ihr habt ja gerade schon ein paar Bilder gesehen und ein paar Infos bekommen. Wir von der IG EMBB machen am 17.8. eine Sternfahrt nach Lutherstadt-Wittenberg. Warum Wittenberg? Weil das relativ zentral zwischen vier Bundesländern liegt und wir gerne auch noch die Leistungen der Stadtwerke Wittenberg würdigen wollen, die zehn Ladestationen, also 20 Ladepunkte errichtet haben. Im Umkreis um Wittenberg gibt es in jeder Himmelsrichtung in 20 bis 30 Kilometern einen Schnelllader. Das heißt, für Ladeinfrastruktur, sowohl für die Anreise als auch für die Abreise, ist auf jeden Fall gesorgt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal dabei seid, wenn wir euch kennenlernen können, wenn wir einfach mal zusammen schnacken können. Es wird vor Ort in der Jugendherberge Wittenberg haben wir einen kleinen Raum gemietet. Wir werden dort gemeinsam Mittagessen und werden eine Podiumsdiskussion abhalten und auch eine kleine Talkshow. Wie ihr seht, fängt es jetzt richtig an zu regnen. Deswegen packe ich mal hier zusammen und ihr könnt noch ein bisschen Bilder genießen. Ciao! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018 So, zurück im warm, trockenen Auto. Es ging immer noch mitten in den Aufnahmen. Also, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Teil der Interessengemeinschaft werden wollt, wenn ihr uns kennenlernen wollt. Kommt einfach vorbei. In diesem Sinne, ciao. Ich habe mir gedacht, fahre ich zum Potsdamer Platz. Da hast du ein tolles Bild. Da kannst du schön drehen. Das ist ein super Ton. Ja, habe ich halt die Rechnung ohne den Wettergott gemacht. So ein Mist.